Hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play R.I.C.E. Son of Rome Aufnahme startet Ja, startet, muss ich überschneiden, alles klar Lass uns mal beide schnappen Weiss gar nicht wo ich hin muss Darum in Öslern Ich kann nicht warten, rauszugehen Du hast doch keine Ahnung Du wirst in der ersten Runde abgeschlachtet Ich hab in jeder Arena gekämpft und lebe immer noch Das ist das Kolosseum Du bist nicht hier um zu kämpfen Du bist hier um zu sterben Hier kommen die Gladiatoren! Wer wird sich in der Arena behaupten? Wer wird sich das Recht verdienen? Dem einzigartigen General Kormodos! Dem Kampf gegenüber zu stehen! Wirst du es sein, Amokles? Halte! Komm her! man steht im Arm mit der Unternehmen meine Gladiator sicher den Strand das ist wenn er nicht das ist noch passiert ein Freudenfest der Gewalt ja ich finde ja das Ausgewicht sehr gut ja was eben auch nicht hinrichten obwohl ich das gedrückt habe ja 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 nicht Nach der Eroberung der Küste Dovers, ließ der siegreiche Kommodus die verräterische Festung unter seiner glühenden Macht erzittern. Also wahrscheinlich brauche ich nur einen. Von gerechtem Zorn erfüllt, streckte der allmächtige Kommodus die Briten für ihre Respektlosigkeit nieder. Und entzündete in Dovers gezähmten Herzen die ewige Schlamme Roms. Räume Schaffens! WALTER! Ja! Halt still! Du wurde es auch erledigt. Okay, keine Ahnung was ich hier wurde. Das hat ja jetzt keinen Sinn, hier nachzugehen, oder? Ja, wirklich. Hier vorne. Daraufhin zu General Commodus, zum Waldversteck der britischen Verräter. Um ganz allein den bösen König Oswald und seine wilde Tochter erfangen zu nehmen. Kommodos durchgreifte geschwind den Wald. Geschwind, wie ein Wolf. Geschwind, hast du gehört? Geschwind! Die britischen Bodenschützen versuchten General Commodus zu bezwingen. Ich würde ja gerne. Aber er lässt sich nicht angehalten. Oh, up! Oh, okay. Ich glaube, wir müssen uns mal drücken. Ah, das stimmt. Hm! It's so dos now. Oh, okay. Die britischen Bodenschützen versuchten, General Commodus zu bezwingen. Aber er ließ sich nicht aufhalten. Zu spät. Die Wälder Britanniens wimmelten von Feinden und der große General Commodus stellte sich ihnen allein. Wenn du schlau wärst, ey, würdest du die Ursache bekämpfen, nicht auf den Boden. Aber nein, du bist ja nicht dick. Du bist bloß ein Stück Fleisch und tot war. Die niederträchtigen Briten schickten ihre stärksten Krieger. Sie dachten, sie könnten den unerschütterlichen Commodus aufhalten. Mörderische, wilde Krieger von unerreichter Stärke. Wälder, da haut ihn nur zweimal raus. Wälder, dann haut ihn nur zweimal raus. Das war nur der Empfang. 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 Damokles war einfach brillant, oder nicht? So brillant, dass ich seinen Kopf will! 1000 Denari für denjenigen von euch, der ihn mir bringt. Wow. Die Belohnung ist meint! Tut mir leid! Ja! 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 Du bekommst jetzt schon mal nichts! Du bekommst jetzt schon mal nichts! Ja! Du! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, ich habe nicht gesehen, es ist ein Blut. Ja, keiner kann mich besiegen. Der Plusakt steht bevor! Komodos wird das Aqueduct zerstören! Was für ein Finale! Wenn man das letzte Jahr zieht, dann zwang ich jede Nation, die es wagte, sich gegen uns zu stellen. Ich bin der größte General, der je groß und sein Volk führte. Heute hattet ihr die Ehre, ja, die Ehre, Zeuge des Todes zu sein, aller Gladiatoren, die sich mir entgegenstellten, die als groß und gefürchteten Gladiatoren liegen und tot, gebrochen vor euch, von mir erschlagen, Euer General! Euer Mann Führer! Euer Mann Führer! Aquilo! Ich muss zugeben, ich bin berunden. Warum das, mein Kaiser? Dieser Damokos kämpft den ganzen Tag hier im Löwe und sieht nicht mal erschöpft aus. Fürchtet nicht um das Leben eines Sohnes. Ich fürchte nicht um das Leben dieses Versagers, sondern um ein Gold. Ich setz dein Vermögen auf seinen Sieg. Ich werde die Quoten ausgleichen, euer Geld ist sicher. Oh. Und auch dieser... Versager. Euer General! Euer Herr Retter! Du sagst, du beschützt Rom! Wer beschützt dich vor mir? Wer beschützt dich vor mir? Wer beschützt dich vor mir? Alter! Da macht er nur schwere Angriffe, wie soll man das dann blocken ey? Ah hör auf Ja aber wer macht das denn nicht? Alter hör mal auf dann ey Ja 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 Nein, ich bin ausreichend gegangen. Ich bin ausreichend. Mach deinen letzten Atemzug, du stinkender Dreckskerl! Sei verflucht! Fini! Nicht der Größte! Ruhe! Komm schon darauf es! Übe deine Vergeltung! Hier drüben! Ich bin Kommodus, du Nahr! Nein, ich bin Kommodus! Ich bin Kommodus! Für dich ist das Spektakel vorbei! Welcher dieser außergewöhnliche Krieger ist der wahre Kommodus? Das war euer Scheiße ernst? Okay... Ich lass dich! Ich lass dich! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, ist das euer scheiß ernst? ZDF, 2020 Spürst du das Gift? Man darf kein Risiko eingehen, Damoklys Du verstehst das Ich weiß, dass ich unsterblich bin, aber das Gesindel ist wankelmütig Ein Glückstreffer von dir Das wird dein letzter Atemzug, Komodos Das wird dein letzter Atemzug, Komodos Das wird dein letzter Atemzug, Komodos Das ist das, was du hast du hierarchisch zu halten, друзi? Das ist das, was du hast du, hast du dich aufzuwerfen, dich zu schäuble? Das war's für heute. Ich bin Damokleif. Ich bringe Vergeltung. Du bist der Nächste. Tötet ihn! 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 Im Senat sitzen nur verängstigte alte Männer. Sie hören weder auf Wahrheit noch Vernunft. Ich warnte sie über Britannien, aber es brachte nichts. Kommodos hat die Legionen zurückgehalten und tat nichts, während eine riesige Barbarenarmee nach Rom trug und Chaos auf dem Weg verbreitete. Die Briten? Ja. Ihre Armee ist um das Zehnfache angewachsen. Jeder Gegner Roms hat sich ihnen angeschlossen. Sogar die Völker entfernter Länder haben riesige Kriegsbestien geschickt. Der Kaiser und Kommodos haben sich Feinde gemacht. Viele Feinde. Im ganzen Reich merken die Barbaren, wie sehr Neros Führung uns geschwächt hat. Sie wollen uns vernichten. Das Reich vernichten. Nach Kommodos Tod werden sie mir das Kommando anbieten. Und ich werde meine besten Männer für die Verteidigung brauchen. Als ich dich in der Arena vermutete, habe ich das hier vorbereitet. Der Kaiser muss sterben. Das wird er. Aber zuerst müssen wir Rom retten. Ich brauche dich jetzt, Marius. Kämpfe für deinen Vater. Kämpfe für deine Legion. Kämpfe für Rom. Oh. Episch. Boudicca. Einst lag ihr Schicksal in meiner Hand. Jetzt führte sie die Armee tausender Stämme an. Ihre gigantischen Kriegsbestien rissen unsere Tore ein. Das Unheil eines verdorbenen Reiches erreichte dessen Hauptstadt. Wir alle müssen für unsere Taten büßen, Nero. Jedoch büßen die Menschen Roms nun für die Deinigen. Ah, Boudicca. Dein Krieg galt nicht Rom selbst, sondern Nero, der unsere Väter ermorden ließ und dafür büßen wird. Wenn Rom jedoch fällt, versinkt unsere Welt in Dunkelheit. Das Chaos wird die Zivilisation verdrängen. Und das werde ich niemals zulassen. in Dunkelheit. T Ruhig, Marius. Die Mauern der Stadt werden diese Bastarde auf diesen einen Platz lenken. Sie könnten uns hier zu Tausenden überlegen sein. Aber dieser beengte Raum wird ihnen die Überlegenheit nehmen. Und, so die Götter es wollen, wird Rom einen neuen Morden sehen. Da kommen sie. Bereithalten! Bereithalten! Feuer! 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 Marius, ich brauche dich am Skorpion! Wir müssen hierher kommen. Wir müssen hierher kommen. Wir müssen hierher kommen. Wir müssen hierher kommen. Marius, könntest du bitte die Tür und erwarten seine Befehle! Schützen! Schalte abfeuern! Feuer! 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 Meckle! Schm$ Feuer! 橋! подписer! laughing Feuer! chocolat! Feuer! Feuer! Das ist hier das Dämpfer, der einwandte Herr. Zeit, Schalpe abfeuern! Schalpe abfeuern! Schalpe abfeuern! Schalpe abfeuern! Schalpe abfeuern! Er ist durch. Götter, wir haben die vierzehnte Führung. Verloren! Ich weiß nicht, ob wir die Stadt halten können. Okay. Ich beende, aber ich nehme die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten. Habt da rein. Schalpe ab! Schalpe abgeführt! the Emperor and Commodus have made enemies so many enemies everyone who opposes Rome has allied with them, whilst the massive barbarian army has swarmed across the empire w poses havoc Der Arme hat sich in den Trennen gegründet. Ich versuche dir, Centurion, Rome will nicht fallen. Nicht heute. Wir müssen den Arme der Arme aus, auf alle Kosten! Heute, wir kämpfen. Als sie in meine Hand war, Surrender! Enough! Nun, sie hat die Armour von 1,000 Triben. Defend Ihre Emperor! Their giant beasts of war bore down our gates. You have to go! You must live! If Rome falls, then our world will descend into darkness. I will never let that happen. Fight for your father. Fight for your legion. Fight for Rome. Achieved with CryEngine. Only on Xbox One.